Hey Leute, wir kommen mal wieder zu einem Outfit of the day von mir. Und wir fangen gleich mal an mit meinem Lieblingsteil von den ganzen Sachen, die ich heute anhabe. Und das sind die Schuhe. Ich liebe sie. Im Zebra-Look ist es eine Special Edition von Adidas. Adidas Top 10. Und liebe sie einfach hier. Das ist auch so ein bisschen, also das ist natürlich kein echtes Fell, aber das fühlt sich ganz toll an. Ähm, mag ich, mag ich sehr. Dazu habe ich eine Fake-Lederhose an. Hier so ein bisschen gerafft, so ein bisschen, erinnert das an diese Balmar-Hosen damals. Aber es ist von, diese Hose ist von Zara. Hat, keine Ahnung, glaube ich 50 Euro gekostet. Dann haben wir hier dieses T-Shirt von einer Marke, die heißt FNC Clothing. Die haben ganz coole T-Shirts mit verschiedenen Drücken drauf. Ähm, mag ich auch sehr gern. Und dazu habe ich dann so ein bisschen stilbruchmäßig einen etwas schickeren, aber doch lässigen Blazer angezogen. Und der ist ebenfalls von Zara. Ähm, Schmuck habe ich hier und hier von meiner Lieblings-Schmuckmarke Vein Luxuries. Ach, das ist Vein Luxuries und das ist Carpulet. Also das ist, ähm, die gleiche Firma, nur jeweils Tochter- und Mutter-Firma. Und das hier ist von Bulgari. Und ansonsten war's das. Lippenstift haben wir von hier. Dieser ganz tollen Verena. Und da sehen wir uns alle im Spiegel. Wääb, wääb. Und das ist André. Und das war's. Viel Spaß beim Nachkaufen. Tschüss. Tschüss.